Hinein in den 16er, klappt bis jetzt auch noch nicht. Und dann dieser Konterpass auf Mitroglou und der macht die Führung für Griechenland. Ein langer Pass aus der eigenen Hälfte heraus, ein super Pass und Mitroglou macht dann alles richtig. Setzt sich durch im Zweikampf und stellt auf 1-0 für die Gäste. Mitroglou, der hat Platz und 2-0 für Griechenland. Zu viel Platz hat er da. Doppeltorschütze Kostas Mitroglou. 0-2 nach etwas mehr als 67 Minuten.